Einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. In dem heutigen Video habe ich mal etwas Besonderes dabei, was ich eigentlich sonst noch gar nicht gemacht habe auf diesem Kanal. Und zwar ist das der erste Teil meines 500 Abonnenten Special. Danke für den ganzen Support in der letzten Zeit. Und ja, ich habe hier schon mal Griefer Games, Livestreams rausgesucht und ein paar Leuten werden wir heute einfach mal ein bisschen Geld spenden. Der erste ist FlexRace. Er hat mir sogar vorhin im Livestream 11 Euro gespendet und ich würde ihm jetzt mal, ich würde sagen, Euro zurückspenden. Wir können ja mal sehen, was er gerade macht. Ich glaube, er ist auch auf Griefer Games. So, dann gehen wir hier mal auf den Link und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich donatet habe. Okay, Leute, ich müsste ihm jetzt das Geld überweist haben und wir schauen mal hier, ob das Ganze auch bei ihm ankommt. Ich hoffe einfach mal. Nice. Guten Tag. Danke für das Geld vorhin. Kleiner als drei. Kein Problem, Digi. Mache ich auf jeden Fall immer wieder gerne. Und Dankeschön für den Euro. Okay, herzlich bedankt. Das freut mich. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Streamer. Okay, Leute. Ich bin jetzt hier beim nächsten Streamer. Und ich werde ihn jetzt auch mal einen freshen Euro donaten. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. So, Leute. Das Geld ist abgeschickt. Ich warte schon mal. Hier und hier hat da irgendwas. Vielleicht mit dem Gewinnspiel oder so. Weiß ich nicht. Aber ich warte mal, bis hier der freshe Euro ankommt. Oder? Doch. Danke, Teddy, wer für ein Euro. Hey, viel Spaß mit dem Geld. Ja, danke, 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 danke. Hey, viel Spaß mit dem Geld. Kleiner als drei. Hashtag Teddyami. Allah, danke für deinen Euro. Richtig krass von dir. Ich glaube, das war sogar einer seiner ersten Spenden. Bevor hatte er hier erst eine. Ein Euro. So, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Streamer. Okay, Leute, wir sind beim nächsten Streamer. Er hat ca. 2,6k. Und ja, ich würde ihm jetzt auch spenden. Wir sehen uns gleich wieder. Okay. Die Hashtag Teddyami spendet mir einen Euro. Oh Gott. Die Hashtag Teddyami. Ich bin nicht die Hashtag Teddyami, ich bin der Teddybär. Das stand aber auch. Also. Ich bin behindert. Man bin voll wütend. Warum bist du denn wütend? Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt noch mal zum letzten Streamer rüber. Hey, Teddybär. Du spendest mir einen Euro. Willst du dich bleiben, ist ein Fahrer mal zu leben. Der Teddybär spendet mir einen Euro. Ich kann mich dann darüber,Ñ Ja, ich probability. Hehehehe Okay, Leute, wir sind beim letzten Streamer. Sein Mikro ist zwar ein bisschen leise, aber ich würde sagen, wir spenden ihm jetzt mal seine erste Donation. Okay, Leute, ich habe ihm jetzt einen Euro gesendet und mal sehen, ob er ankommt. Ich hoffe mal. Er freut sich auch richtig, weil es wirklich seine allererste Spende ist. Und das finde ich einfach geil. Okay, ich würde sagen, das war's vom Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung. Wir sehen uns bei einem neuen Video. Haut rein und ciao. Leute. Bis zum nächsten Mal.